Guten Tag, mein Name ist Andrés Calva. Heute habe ich eine wichtige Frage. Sollen die Schüler ihre Lehrer benötten? Zuerst spreche ich über meine Situation, danach stelle ich die Situation hier in Mexiko und in Deutschland, dann gebe ich Vorteile und Nachteile und zuletzt stelle ich meine Meinung. In meiner Situation, ich kann in meiner Schule meine Lehrer benötten. Ich denke, das ist gut. Aber in Mexiko, nicht alle die Schüler können ihre Lehrer benötten. Und viele, viele Lehrer sind nicht gut. Deshalb, diese Lehrer ohne Noten können schlechte Lehrer singen und ihre Arbeit ist nicht gut. In Deutschland können die Schüler nie die Lehrer benötten. Aber am meisten, die Lehrer in Deutschland sind sehr gute Lehrer und Lehrerinnen. Die Vorteile sind, dass die Schüler können ihre Meinung sagen und können die Lehrer zu Verlassen helfen. Aber der Nachteil ist, dass diese Meinungen können sehr subjektiv sein. Diese Meinungen können nicht über wie gut oder wie schlecht die Lehrer lernt, sondern wie gut oder wie schlecht die Lehrer ist und ihre Personalität. Also, ich meine, dass Schüler können und die Jürgen ihre Lehrer benötten. Aber diese Noten sollen nicht so wichtig sein, als was andere Lehrer oder die Schule sagt. das sind bescheiden, ist einiges in der Nähe. Ich spreche hier sonst nicht nicht.